Ja? Die Werbeagentur, die ist ein Stock weg höher. Aileen! Aileen ist als Finn Elias auch mal mit den Prinzessinnen im Auto spielen. Ist noch was? Ja, ich bin Frau Amua Mafo, Henrys Mutter. Hannes? Ihr ist angeblich Frau Amua Mafo. Wer? Na, die Frau von Jared, Henrys Mutter. Das kann doch nicht sein, die arbeitet doch. Wo ist Jared denn? Oh Gott, ist was passiert? Hannes, da ist was passiert! Oh Gott, das tut mir leid. Wieso denn passiert? Jared und ich haben getauscht. Ich kümmere mich um die Kinder, er kümmert sich um seine Karriere. Er muss ja auch noch ein paar Rentenpunkte sammeln. Ach was. Und das machen Sie jetzt ganz allein? Haben Sie denn gelernt, wie man mit Kindern umgeht? Aileen! Aileen! Aileen, nein! Na, Schluss! Aileen! 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 Aileen!